Hi, ich schätze Luis Henrique sehr. Wir haben uns schon ein paar Mal getroffen, wir sind immer am plaudern, am diskutieren und so. Es macht sehr viel Spaß mit ihm. Er hat eine junge Mannschaft geformt mit einer fantastischen Qualität. Mein Lieblingsspieler ist leider nicht dabei, Thiago. Von daher kann man schon erahnen, was für eine Qualität diese Mannschaft hat. So wie ich es in der Frage zuvor auch gesagt habe, eine Mannschaft, die sehr klare Automatismen hat, die sehr klar weiß, wie sie Fußball spielen möchte und mit Busquets ein Spieler hat, der wirklich auch das Herz ist dieser Mannschaft und von daher, wir freuen uns einfach auf dieses Spiel morgen.